Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play GTA The Ballad of Getoni Multiplayer, zum 25. Part. Ah, wie sehr mir auch Besuch bekommen. Und können jetzt gegen jemanden spielen, der mir eine Anfrage gesendet hat. Haha, war ja wieder klar. Du willst mich jetzt erschießen. Das kannst du gerne versuchen. Das macht mir eigentlich eh nichts aus, aber auch egal. Du erschießt mich nicht. Gut an Rennig meint er her, einfach so just for fun. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Oh nein, es werde wieder eine Waffe einsammeln. Oh, doch nicht. Aber hier muss irgendwo eine Waffe sein. Wo ist hier eine Waffe? Ich suche eine Waffe. Ah, toll. Ah, toll, die ist oben. Äh. Toll. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Yo. Eiskalt. Scheiße. Hahahaha. Häh, na warte. Das würdest du noch bereuen. Hahaha. Oh, Kacke. Hm. Uh, haha, ich hab's noch geschafft. Ha, wie geil. Da seht ihr mal, ich bin gut. So, und jetzt ganz schnell wegfahren. Am besten holen wir sie jetzt ab. Das ist mir auch noch nie passiert. Ach, wie cool. Hm, hm, hm. Aber ich hab noch ein Ass im Ärmel. So. Hehehe. Jetzt kann so euch mal herkommen. Uh. Oh, ein Blutschleck. Was? Was willst du? Irgendwo da oben muss jetzt sein. Aber am besten holen wir jetzt noch mal ein paar Bomben. Okay. Das hätt ich mir besser vorher überlegen sollen. Ich möchte wetten, da oben sind jede Menge Bomben. Aber ich mach's einfach mal trotzdem. Hm, hm. Interessant. Wieso konnte ich mich jetzt erschießen? Ich dachte, ich wäre immun gegen Schüsse. Hä? Ja, ratistisch hier. Das ist ja gemein. Ich geh mir einfach mal hoch, just for fun. Gut. Rache ist süß. Okay, wie komm ich jetzt hier wieder runter? Einfach runterspringen. Sooo... Was bin der jetzt? So kann man es eigentlich auch machen. Aber eigentlich sind die ja auch doof. Und wisst ihr auch warum? Ich werde hier immer, wie sagt man dazu, zu den Bomben bin ich immer teleportiert. Genau, sagen wir es so. Ach, nicht mehr wieder das Auto, das hat mir so gut gefallen. Und ich guck mal gerade nach dem Spielsound, weil der ist ein bisschen zu leise. Sooo... Boah, ich höre der Sound bestimmt laut, aber bei mir ist er richtig leise. Ich weiß nicht warum. Wo ist er denn jetzt? Hm... Ach da... Das war ja klar. Das war ja so klar. Ach, dieser altmodische Trick. Ja, ja... Den Trick kenne ich schon. Aber ich bräuchte jetzt mal eine gute Waffe. Eine sehr gute Waffe bräuchte ich jetzt. Und ich steuere auch schon direkt auf eine gute Waffe zu. Wenn mich jetzt das Flugzeug nicht überrollt. Ah, und da ist noch ein Bemsche. Ein Bemsche, ein Bemsche, ein Bemsche. So, jetzt kann sie ruhig kommen. Ich bin auf alles vorbereitet. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Auto. Ist da hinten irgendein Auto? Nee, sieht nett so danach aus. Na, wer ist denn da? Hahaha. So. tück 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 Ttt Und ich muss gerade mal was gucken, nehme ich noch eine Nachricht und da würde ich sagen, sehen wir uns da mal gleich. Wie da, ich habe eben gerade noch ein paar Nachrichten geguckt und ja, dann können wir jetzt eigentlich mal weiter zocken, bevor wir nicht gleich erschossen werden oder irgend sowas. Okay. Gut. Dann können wir ja wieder mit den LKW hinfahren. Wenn ich nur wüsste, wo er jetzt ist. Okay. Autsch! Was macht er denn jetzt? Ach, ich weiß was wir machen können, dann fanden sie einfach mal so Just-Verfahren drüber Ach So Leute, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt mal den Part Und dann sage ich, sehen wir uns dann im nächsten Part Tschüssi Danke